Musik Schräg gegenüber dem Kloster Neuburger Stift liegt zwischen Bundesstraße, Bahngleisen und dem Donauauwald das Esselmuseum. Für die private Sammlung, die öffentlich zugänglich ist, wurde ein spezifischer Typus des Museums entwickelt, mit Depot und Schauräumen erlebbar gemacht. Das reichhaltige Schaffen der österreichischen Kunstszene wird hier ebenso gezeigt wie Kunst aus der ganzen Welt, von Australien bis Indien. Das Innenleben ist durch die qualitätsvolle Lichtsituation und spannende Sichtbezüge beim Durchqueren des Gebäudes gekennzeichnet. Wechselausstellungen von internationalem Format setzen Impulse. Der begrünte Innenhof ist den Ausblicken gegenwärtig. Allein sieben Oberlichtzähle sind Teil des Komplexes. Nahe zum Gewerbegebiet gelegen, manifestiert sich die Verbindung zwischen Wirtschaft und Kunst.